Ich bin erstaunt, wie viele Gemeindeklieder dem Thema offene Kirchen positiv aufgeschlossen sind. Es ist für mich nicht vorbestärkbar gewesen, dass Gemeindeklieder sagen, wir können uns vorstellen, die Kirche zu öffnen, selbst wenn keine Aufsichtsperson da ist. Der Stolz und die Freude, eine so schöne Kirche zu haben, ist offensichtlich so groß, dass man bereit ist, den zu teilen und das finde ich außerordentlich schön. Auch wenn die Gefahren nicht zu übersehen sind und dafür Lösungen zu finden und zu suchen sind.